Affiliate Marketing hat zwei Richtungen bzw. zwei Säulen bzw. zwei Business-Möglichkeiten. Die eine Richtung oder die eine Business-Möglichkeit ist, dass du selbst nur oder auch als Affiliate tätig bist, heißt in dem Fall, fremde Produkte promotest und dafür eine Provision bekommst. Mehr dazu gleich. Die zweite Variante, die sehr, sehr oft außer Acht gelassen wird, ist die Seite Affiliate Marketing als Vendor. Und die ist unter Umständen noch viel, viel ertragreicher, als nur als Affiliate zu arbeiten. Was ich damit meine? Du hast ein eigenes Produkt und bewirbst oder lässt dieses Produkt mittels Affiliates bewerben. Das ist eine ganz andere Dimension von Marketing und wird von vielen massiv unterschätzt und auch lustigerweise, katastrophalerweise nicht eingesetzt. Sondern es wird immer nur darauf geachtet, Facebook-Ads, Google-Ads, Pinterest-Ads, Display-Werbung oder, oder, oder. Und genau das ist, finde ich, ein fataler Fehler. Mehr dazu in diesem Video. Also, die erste Variante ist der Affiliate. Wenn du kein eigenes Produkt besitzt und Produkte von anderen bewerbst. Was steckt dahinter? Das Ganze ist schon massiv lange bekannt, meine Lieben. Jeder von euch kennt das Ganze als Affiliate Marketing oder kennt Affiliate Marketing im Offline-Bereich. Ganz simples Beispiel. Seit drei Jahrzehnten gibt es Zeitschriften wie TV hören und sehen, hör zu, Brigitte, Tina, wie sie auch alle heißen. Alle diese Zeitschriften haben eins gemeinsam. Sie betreiben seit der ersten Ausgabe quasi alle Affiliate Marketing. Du kennst es, wenn du die Zeitungen durchblätterst unter der Thematik, empfehle uns deinen Freunden und du bekommst eine Prämie dafür. So, in diesem Video will ich aber nicht auf die Sachprämien eingehen, weil was würde uns ein Keller voller Toaster nutzen? Aber du kennst das aus diesen Zeitungen, ja. Du schlägst die Seite auf und dann ist da eine Prämie, 50 Euro Einkaufsgutschein, ein Toaster, ein Standmixer, ein Föhn. Gibt es viele verschiedene Dinge, die wechseln auch immer mal. Aber ich bin mir sicher, diese Seite kennst du. Da steckt nichts anderes als Affiliate Marketing dahinter. Deswegen lass uns nicht uns einigen, sondern am Ende des Tages ist Affiliate Marketing nichts anderes als Empfehlungsmarketing und jedem da draußen schon lange, lange bekannt.